Ich bin Oliver, ich bin 18 und komme von Sojtsach. Ich bin unter den letzten drei Kandidaten und bin super froh, dass ich diese Woche hier sein kann. Ich kann dafür sogar meine Ferien auf Belgien rauslassen. Ich muss jetzt sogar 1'000er anlegen für diesen Flug. Darum wäre ich echt froh, wenn ich hier gewinnen würde. Ich kann gut reden, ich kann mich gut verkaufen. Ich weiss recht viel über Fussball. Ich habe sechs Jahre beim FC Sojtsach gespielt. Fussball ist mein Lieblingssport, weil ich finde, dass ein Verein ganz viel miteinander hat. Es ist Leidenschaft, es ist Kampf, es ist Technik. Ich würde eigentlich gerne mal den Otmar Hitzfeld interviewen. Wie lange denken sie, dass sie diesen Job bei unserer Nazi ausführen können, bis sie endlich mal in den Ruhestand treten? Es klingt etwas blöd, aber wenn ich Bücher lese, dann lese ich Fussballbücher. Wenn ich Fernsehen schaue, dann schaue ich Fussball. Und wenn ich Sachen schreibe, dann schreibe ich selber Sachen über Fussball. Ist Oliver euer Favorit? Klickt und wählt ihn.